Ich zeige dir heute 15 Apps, die ich auf meinem Handy für 2022 habe, um meine Campingreisen vorzubereiten oder auf die ich zugreife während der Reise. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es, wie schon erwähnt, um 15 Apps, die ich auf meinem Handy habe, um mir das ganze Campingleben zu vereinfachen. Und eines gleich mal vorweg, ich werde heute keine Stellplatz-Apps oder Campingplatz-Apps vorstellen. Oh no! Ich weiß, aber warum? Ganz einfach, weil dieses Thema ist so komplex, dass das definitiv ein eigenes Video wert ist. Und ihr kennt das ja vielleicht schon. Das gibt es bei mir immer so im März, April. Da gibt es dann das ganz große Stellplatz-Spezial-Video. Warum erst so spät? Naja, weil dann zu diesem Zeitpunkt die meisten Apps erst wirklich vorbereitet sind auf die neue Saison. Und das möchte ich definitiv abwarten, um hier auch wieder den bestmöglichsten Service für euch zu bieten. Und wenn ihr noch nicht so wild seid, dann seid es jetzt einfach. Nehmt allen Mut zusammen und abonniert sehr gerne diesen Kanal und drückt vielleicht auf die Glocke. Denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Und wie gesagt, zum März, April, je nachdem, wenn dann alle Apps soweit sind, gibt es ja auch das ganz große Stellplatz-App-Spezial. Heute soll es aber nicht um weniger interessante Apps gehen. Im Gegenteil, ich zeige euch heute Apps aus zwei Kategorien bei mir. Ich habe so ein paar Ordner bei mir auf dem Handy. Und heute geht es um die Ordner Reisevorbereitung und dann Apps, die ich während der Reise immer wieder verwende. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt sofort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und wir starten mit der App Nummer 1. Starten wir mit der ersten App und das ist Weather Pro. Warum? Ihr habt ja vielleicht mal ein Video gesehen zur Reisevorbereitung, wo ich einfach euch ein bisschen zeige, wie ich meine Routen plane. Und da habt ihr vielleicht auch gesehen, dass ich in der Regel, wenn ich nicht auf einen speziellen Zielort angewiesen bin, dass ich mir meistens drei, vier Routen mache, damit ich dann, wenn es wirklich losgeht, ich genau dahin fahren kann, wo das Wetter am besten ist. Denn das ist ja genau das Geniale beim Camping, dass du, wenn du das möchtest, sehr flexibel sein kannst und auch definitiv sehr spontan. Und ich richte meine Reise eben sehr oft dem Wetter nach aus, gerade wenn ich Gleitschirmfliegen gehe etc. Und da ist die Weather Pro für mich sehr, sehr komfortabel, weil die mir ganz toll die Winde anzeigt. Ich kann da sehr spezifisch auf verschiedene Orte eingehen. Das gefällt mir richtig gut an dieser App. Ja, Vorbereitung ist das halbe Leben. Darum geht es bei mir auch schon im Buch HAUTO WOMO. Wirklich speziell ganz am Anfang steht für mich ein Thema und zwar das Packen. Und da gibt es eine App für mich, die heißt Packpoint. Da gibt es viele verschiedene, diverse Apps. Schreibt auch gerne in den Kommentaren, was ihr da Vergleichbares verwendet. Warum mir die so gut gefällt, ist, weil du da eine Reise planen kannst und sagen kannst, wann die stattfinden wird. Du vergibst ihr einen Namen, du sagst, ist sie geschäftlich oder ist sie privat. Und dann kannst du Aktivitäten auswählen. Und anhand dieser Aktivitäten verbergen sich dann verschiedene Checklisten dahinter. Und das Tolle ist, es gibt gewisse Aktivitäten, die sind vorgegeben. Aber du kannst dir diese Aktivitäten auch selber anlegen. Bei mir ist es zum Beispiel das Thema Gleitschirmfliegen. Da gab es keine Standard-Checkliste. Das habe ich mir einmal erstellt. Und das bedeutet, wenn ich schon weiß, ich gehe jetzt irgendwie auf einen Business Roadtrip und mache da ein paar Geschäftstermine, will aber nebenbei noch Gleitschirmfliegen oder Schwimmen gehen oder Wandern gehen oder Skifahren gehen oder whatever, dann kannst du dir das entsprechend auswählen. Und dann wird dir schon mal, ich sag mal, deine Standardliste bereitgestellt. Und du kannst natürlich jederzeit individuelle Punkte hinzufügen oder auch Punkte, die du in deiner Tour jetzt speziell doch mal nicht brauchst, einfach ausblenden. Das bedeutet, die sind beim nächsten Mal wieder dabei. Für die Reise jetzt aber nicht relevant. Und insofern kannst du deine Liste super schnell individualisieren. Sie bleibt dann gespeichert für diese Reise und du kannst dann einfach beim Packen sagen, habe ich, habe ich nicht, habe ich, habe ich, habe ich. Perfekt. Auf sowas stehe ich ja total. Jetzt hast du also eine Checkliste, dass du nichts mehr vergisst beim Packen. Aber es gibt ja noch weitere Dinge, die du mittlerweile bei einer Reisevorbereitung beachten musst. Ja, und zwar ist das das Thema Sicherreisen. Und das ist ja generell erstmal sehr interessant und wichtig. Da ist zum Beispiel zu wissen, welche Länder bereist. Da brauche ich da spezielle Impfungen, irgendwelche speziellen Vorbereitungen. Gibt es ja irgendwelche Gefahren, die ich kennen sollte. Und da gibt es die App Sicherreisen vom Auswärtigen Amt. Und gerade zu Corona-Zeiten, ohne jetzt irgendwie dieses Fass aufmachen zu wollen, aber ist das super wichtig und interessant, weil dich diese App immer darauf hinweist, okay, wenn ich in ein anderes Land fahre oder auch nur durchreise, gibt es da für mich jetzt was zu beachten, weil das ändert sich ja gerade laufen. Und ich habe ja selber schon gar keinen Plan mehr. Musst du jetzt wie oft geimpft sein? Welche Dokumente musst du mitführen? Wie ist das gerade mit Kindern? Und wann brauchst du einen Test? Welcher Test muss es sein? Also das ist ja alles so ein Durcheinander schon mittlerweile. Und da hilft dir diese App immer, weil du zumindest Absprungpunkte hast und dich genau in dem Land informieren kannst, was du alles brauchst, um dort einreisen zu können oder auch wieder zurückzukommen etc. Also insofern ist das gerade in der aktuellen Situation natürlich super hilfreich. Und abgesehen von dieser ganzen Covid-Geschichte ist das einfach generell ein wichtiges Thema, wenn du ein Land bereist, das du einfach noch nicht so gut kennst, was es eben mit den Sicherheitsthemen auf sich hat. Und dafür ist diese App sehr, sehr übersichtlich und einfach zu bedienen. Die nächste App, die wird mit Sicherheit keinen Award gewinnen mit der Betitelung der App, denn die heißt Mit dem Auto ins Ausland. Aber der Name ist uns ja egal, denn es soll hier ja um die Inhalte gehen. Und die haben es wirklich in sich. Verfasst von der Europäischen Verbraucherzentrale gibt uns diese App wirklich viele Informationen. Wie funktioniert das Ganze? Sehr, sehr einfach. Du gibst erstmal an, in welcher Konstellation du unterwegs bist. Das bedeutet, du sagst erstmal, sind es nur Erwachsene? Sind da Kinder mit dabei? Sind vielleicht Tiere mit dabei? Als nächstes sagst du, wie du unterwegs bist. Wohnmobil, Pkw oder mit dem Wohnwagen. Das kannst du einfach anklicken und dann sagst du, in welche Länder du überall hinfahren möchtest. Also welche Länder du bereisen möchtest oder vielleicht auch nur durchfahren möchtest. Das hat also erstmal nichts mit deinem Reiseziel zu tun. Denn, und jetzt seht ihr es, dann gibt es ganz, ganz viele Informationen. Angefangen von, welche Dokumente musst du mitführen, wenn du durch diese Länder fährst, über die ganzen Mautgebühren und auch Tempolimits, die es in den jeweiligen Ländern gibt. Aber auch so ganz banale Dinge, die aber im Falle des Falles einfach nie vorhanden sind. Zum Beispiel Notrufnummern bei einer Panne oder beim Unfall. Was ist die Nummer von der Polizei in dem jeweiligen Land etc. Insofern finde ich die App nicht nur für die Reisevorbereitung wirklich klasse, sondern auch auf der Tour selber, um nochmal kurz nachzuschauen, okay, mit meinem Gewicht, wie schnell darf ich in dem Land auf der Landstraße fahren und wie schnell darf ich auf der Autobahn fahren. Ich finde, das sind wirklich sehr, sehr viele Informationen und sehr, sehr schön gegliedert jederzeit. Bei dem Beispiel Mautgebühren muss man allerdings dazu sagen, es wird dir in der Regel nicht genau angezeigt, was das alles im Cent kostet, sondern es wird dann immer auf die entsprechenden Links verwiesen, wo du dann alle länderspezifischen Preise zu deinen Gewichtsklassen finden könntest. Und insofern finde ich, ist diese App wirklich mega hilfreich und gibt einem sehr viele Informationen für die Reise, damit man nichts vergisst, alles beachtet und nicht unnötigen Stress bekommt. Jetzt haben wir also ganz viele Informationen bekommen, welche Reisedokumente brauche ich, welche Tempolimits gibt es dann in den Orten, die ich bereise und und und. Und ein Resultat könnte ja sein, dass ich auch weiß, ich muss in dem jeweiligen Land Autobahn-Maut bezahlen. Das Resultat wird es übrigens fast immer geben, weil ich kenne kaum mehr Länder, wo du keine Autobahn-Maut mehr hast, außer in Deutschland. So, und jetzt gibt es dafür ja auch Apps. Es gibt so kleine Kästchen, die du dir vorne in ein Auto reinhängen kannst und die Maut automatisch bezahlen kannst. Es kommt immer darauf an, mit welcher Gewichtsklasse du unterwegs bist. Und in meinem speziellen Fall ist Österreich da sehr naheliegend, weil ich wohne quasi in der Nähe von Österreich. Ich bin sehr, sehr gerne in den Bergen beim Skifahren etc. Das heißt, Österreich ist ein Land, das ich sehr oft und gerne bereise. Und dementsprechend muss ich dort natürlich auch Maut bezahlen. Und dafür gibt es auch eine App von der Asfinac. Und da kannst du zum einen dein normales Bickerl schon mal buchen. Und du kannst zum Beispiel auch, es gibt ja da auch nochmal spezielle Mautgebühren für gewisse Tunnel oder Brücken. Und die kannst du auch vorab für die entsprechenden Autobahnen schon lösen. Und dann kannst du einfach über die entsprechende Mautstelle fahren und Kameras scannen dann dein Kennzeichen und gucken, ah ja, der hat gezahlt, der darf da durchfahren. Und die Schranke geht automatisch auf. Das bedeutet, du sparst dir wahnsinnig viele Staus und du hast einfach nichts mehr zu tun. In der Reisevorbereitung ist das sehr, sehr angenehm. Wichtig ist allerdings dabei zu wissen, das Ganze musst du 14 Tage vor deinem Reiseantritt machen. Denn durch dieses europäische Umtauschrecht sagt die Asfinac, hey, das musst du vorab machen, sonst fährst du mit meinem Ticket rein und danach sagst du, nö, ich will das umtauschen und ich muss das Geld zurückgeben. Das machen die natürlich nicht. Es gibt noch einen Weg, wie du das Ganze umgehen kannst, indem du das Ganze als gewerbliches Unternehmen einkaufst. Dann wird nämlich das Ganze sofort freigeschaltet, weil als Gewerbe hast du kein 14 Tage Umtauschrecht. Insofern kannst du dann auch die gelösten Tickets beziehungsweise Mautgebühren auch sofort umsetzen. So als kleine Randnotiz. Ich möchte nicht damit sagen, dass ihr alle sofort selbstständig werden müsst, aber ihr wisst jetzt, wie ihr die 14 Tage Umtauschrecht umgehen könnt. So, und wir machen sofort weiter mit der nächsten App. Eine App, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, das ist die CamperCheck-App. Warum? Einmal, weil ich denjenigen kenne, der diese App gemacht hat. Ein ganz, ganz lieber Kerl, ein Camper wie du und ich. Und der hat das einfach mal nebenbei gemacht. Er hat im Prinzip das, was ich mit der Camper Safety Card mal angefangen habe, digitalisiert und perfektioniert in einer langen Form. Der ist da auch noch lange nicht fertig. Der hat da noch ganz, ganz viele Ideen. Diese App ist sehr, sehr jung. Schaut euch die einfach mal an. Warum stehe ich hier hinten am Fahrzeug? Weil die mir zum Beispiel auch sagt, wann ist mein nächster TÜV-Termin? Wann habe ich meine nächste Gasprüfung? Also all diese Themen, die kann ich hier mitspeichern. Zielgerichtet auf mein Fahrzeug natürlich. Und habe darüber hinaus noch sehr, sehr viele Checklisten, wo ich auch eigene Punkte hinzufügen kann und ergänzen kann. Und wie gesagt, diese App ist noch in den Kinderschuhen. Aber ich freue mich da total drüber und bin gespannt, was sich aus dieser App noch rausentwickeln wird. Und auch da, glaube ich, wäre der Verfasser auch sehr glücklich, wenn es von euch noch Feedback dazu gäbe und vor allem auch Anregungen dazu gäbe. Dann, glaube ich, wird da was richtig Tolles entstehen. Und wie gesagt, ein kleines Helferchen, das einen vielleicht vor großem Schaden bewahrt, aber vielleicht auch einfach mal davor bewahrt, irgendwas noch zu vergessen oder was zu übersehen. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Let's fetz! Es geht los auf Reise. Und da ist ein Navigationssystem natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt hast du eventuell ein fest eingebautes Navigationssystem, so wie ich, das ich ehrlicherweise auch die meiste Zeit verwende. Oder du hast vielleicht so ein kleines TomTom oder ein Garmin, das du dir voller Reinspannst. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, das Ganze per App zu machen. Aber auch da gibt es nicht mehr wirklich viel, was du verwenden kannst. Warum? Naja, weil die meisten Apps, also es gibt ganz, ganz viele. Google Maps ist natürlich der Platzhirsch. Der ist auch wahnsinnig geil bei Live-Traffic. Was die meisten Navis aber nicht können, ist, dich mit deinen fahrzeugspezifischen Daten zu navigieren. Das bedeutet, die geben dir einfach Strecken für einen Pkw. Was aber, wenn du jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs bist, das 3,20 Meter Höhe hat, da kommst du nicht mehr durch jede Unterführung durch. Oder mit dem entsprechenden Gewicht. Da kommst du auch nicht überall durch alle Straßen durch. Und genau das berücksichtigt zum Beispiel Sujik. Das ist die App, die ich dafür verwende. Die sieht, finde ich, ein bisschen altbacken aus, aber sie bringt mich eben sicher und ordentlich ans Ziel. Ich kann genau eingeben, wie lang ist mein Fahrzeug, wie hoch ist mein Fahrzeug, wie breit ist mein Fahrzeug, wie schwer ist mein Fahrzeug. Ich kann auch angeben, ob ich ein LKW bin oder ob ich ein Wohnmobil bin. Da gibt es auch in der Navigation Unterschiede. Das ist dann ein Thema, da würde ich nochmal in die Bütt gehen, wenn euch das interessiert, und zwar in einem eigenen Thema. Denn, und da kommen wir jetzt gleich dazu, ich stelle euch jetzt gleich noch eine zweite App vor, mit der man sich mittlerweile auch richtig geil navigieren lassen kann. Die zweite App, die ich euch zeigen möchte, mit der man sich mittlerweile auch navigieren lassen kann, die kommt vom ADAC. Und da habe ich euch ja in dem Video, das ich auch schon mal angesprochen habe, in puncto Routenplanung schon mal was gezeigt auf dem Desktop. Und das Ganze gibt es jetzt mehr oder weniger auch als App. Allerdings ein bisschen, naja, versteckt, möchte ich sagen. Und zwar unter dem Thema Spritpreise. Und das ist eigentlich auch die Art von App gewesen, die ich euch zeigen wollte, dass du mal sehen kannst, wo auf deiner Strecke sind Tankstellen und vor allem zu welchen Preisen kannst du dort tanken nehmen. Entsprechend kannst du natürlich auch deine Fahrt ein bisschen planen, weil es wäre natürlich verkorkst, irgendwie an der teuersten Tankstelle zu tanken. Und das war genau mein Ansinnen, euch jetzt zu zeigen. Das habe ich also natürlich bei der Spritkosten-App automatisch mit dabei. Aber ich habe noch viel mehr. Ich kann mich nämlich auch navigieren lassen. Und das nicht wirklich wie bei Südschicken, mit fahrzeugspezifischen Daten. Aber ich kann sagen, es ist ein Wohnmobil bis 3,5 Tonnen. Da sind dann auch andere Abmessungen und so weiter mit hinter kalkuliert. Und das Spannende vor allem ist daran, dass ich eben, wie gesagt, auf der Route meine ganzen Tankstellen sehen kann zu den entsprechenden Preisen. Aber ich kann zum Beispiel auch einstellen, ob ich Mautstraßen vermeiden möchte und wie lange dann der entsprechende Umweg wäre. Und ich kann mir das, wie wir es ja auch bei der Routenführung dann schon mal gesehen haben, alles berechnen lassen. Das bedeutet, auch hier in der App sehe ich dann ganz genau, in welchem Land muss ich mit welchen Mautgebühren rechnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Strecke München-Gardasi habe, dann habe ich hier in Österreich 10,50 Euro, in Italien circa 13,60 Euro. Und das finde ich sehr, sehr reizvoll. Das kenne ich so von anderen Apps nicht wirklich. Und deswegen macht mir das richtig Spaß. Und das bedeutet ja auch, dass da wahrscheinlich noch viel kommen kann. Also mein Appell an den ADAC, macht da weiter, denn das ist für uns Wohnmobilisten wirklich geil. Megaklasse wäre es, wenn ich das Ganze jetzt auch noch für größere Fahrzeuge hätte, also für Wohnmobile mit zum Beispiel 4,5 Tonnen, dann wäre die App meines Erachtens genial. Aber mal sehen, was da noch alles kommt. Insofern schreibt ihr auch gerne mal in die Kommentare, welche Features ihr euch noch von so einer App wünschen würdet. Aber da sehe ich ganz viel Potenzial. Ja, und dann gibt es noch die App Womo-Set. Womo-Set brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich das alles mittlerweile mit meinem Hubstützensystem mache, dass ich automatisch selbst nivellieren kann. Da gibt es ja auch schon ein Video dazu. Sehr, sehr spannend und für mich sehr komfortabel. Trotzdem habe ich Womo-Set immer noch an Bord, weil ich einfach dieses System damit immer noch mal kontrolliere und überwache. Und mir ist auch klar, ihr habt auf euren Handys eine Wasserwaage und so weiter. Ich finde das System aber richtig cool durchdacht, weil du eben genau siehst, wie viele Zentimeter du auf jeder Seite noch hoch und runter gehen musst. Es wird ja akustisch ausgegeben, wenn du das Ganze haben möchtest. Du kannst es sogar mit deiner Uhr kombinieren. Und das Ganze finde ich dann richtig klasse. Du legst also das Handy einfach innen auf ein gerades Objekt, zum Beispiel den Tisch. Und danach kannst du dann entsprechend dein Wohnmobil so ausrichten, dass du auch gerade schlafen kannst in der Nacht. Und ich habe entdeckt, das hat sich weiterentwickelt. Und zwar gibt es hier jetzt auch eine Checkliste. So ähnlich wie hier meine Camper Safety Card, die du hier physisch hast, kannst du dir das Ganze auch noch mal digital anzeigen lassen. Ich finde, das ist eine feine Geschichte. Ich stehe ja auf sowas. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin weiterhin Fan von dieser Karte hier, weil wenn ich daran denke, das Ganze digital abzurufen, dann muss ich ja eigentlich gar nichts mehr beachten, weil dann denke ich ja automatisch an diese ganzen Checkpunkte. Deswegen, ich brauche immer so ein physisches Ding, das mich da drauf hinweist. Auf der anderen Seite hat die App aber sogar ein Benachrichtigungssystem. Das bedeutet, wenn du deine Örtlichkeit verlässt und du das eben entsprechend anhagst, dann warnt dich die App und sagt, du pass auf die folgenden Sachen auf. Aber dann kann es halt mit der Stromsteckdose auch schon wieder zu spät sein. Aber das ist ja das Geile an diesen ganzen Apps. Die entwickeln sich ja ständig weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da alles noch kommen wird und werde auf alle Fälle ein Auge drauf werfen und freue mich auf alles, was da kommt. Ciao, mi chiamo Markus. Ist eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Das ist auch was, was ich immer dabei habe und zwar den Google Translator, also die App für automatische Übersetzungen. Und wenn ich sage automatische Übersetzungen, dann meine ich auch automatische Übersetzungen. Ich zeige euch da mal so ein paar Kniffe, denn ich finde, es ist wahnsinnig wichtig und auch wirklich ein Zeichen von Respekt, wenn du in dem jeweiligen Land reist, dass du auch so gewisse Grundbausteine in deren Sprache sprechen kannst, selbst wenn es am Ende komplett falsch ist. Aber das ist allein schon toll. Ich dachte jetzt, als ich das erste Mal gelesen habe, das heißt einfach Ciao, mi chiamo Markus. Aber man spricht das C ja nicht als chiamo, sondern als chiamo. Und das wusste ich nicht, aber auch das gibt dir die App alles vor. Also richtig, richtig klasse. Aber dabei bleibt es alleine nicht. Du kannst bei dieser App noch viel, viel mehr machen. Du kannst zum Beispiel mit der Kamera Sachen abfotografieren, wenn das irgendwelche Warnhinweise sind, irgendwelche Schilder, die du einfach nicht verstehst. Dann kannst du da mit deinem Telefon draufgehen. Ich mache das einfach nur mal ein Beispiel meines Buches und kannst dir das alles synchron übersetzen lassen. Das bedeutet, du kannst mit deinem Gegenüber, wenn du ganz schnell wichtig was besprechen musst, kannst du das in Deutsch einsprechen und der Google Translate spricht das automatisch wieder in der jeweiligen Sprache wieder beziehungsweise schreibt es nieder. Also auch das ist richtig, richtig klasse. Du kannst Texte einfach diktieren und sie werden automatisch übersetzt. Also diese App, die ist wirklich klasse, ist offline nutzbar. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Gerade wenn du zum Beispiel in Kroatien irgendwo auf irgendeiner kleinen Insel bist, wo du einfach nicht so eine gute Netzabdeckung hast, dann kann dir das schon mal hin und wieder den Hintern retten. Und diese App habe ich immer auf meinem Handy und ich bin begeistert, was da noch alles dazu kommt an Funktionalitäten. Und das ist wirklich was, was mir weiterhilft, gerade im Ausland. Und ich einfach wirklich in der Lage bin, mit Menschen zu sprechen, auch wenn es danach nicht alles perfekt ist. Aber sie verstehen mich und sie sehen zumindest, dass ich bemüht bin. Und das ist oft sehr, sehr charmant und öffnet einem sehr, sehr oft Tür. Hand aufs Herz. Kannst du mir sofort sagen, was 45 Franken 25 in Euro sind? Also ich rede von Schweizer Franken. Zu spät. Ich kann es dir sagen. Es sind 42,76 Euro. Und das sehe ich in meiner App Währung. Ich weiß, das ist jetzt nicht überlebenswichtig, diese App. Und es gibt natürlich auch Google, wo du die Währung eingeben kannst und dann kriegst du sofort das Ergebnis. Aber hier bei dieser App geht das Ganze eben auch offline. Und das ist ja auch immer wieder mal ein wichtiger Punkt. Gerade wenn du zum Beispiel mal in Kroatien irgendwo wieder bist, wo einfach du mitten in der Natur bist, die Netzabdeckung ist nicht so gut und jetzt musst du aber bezüglich deines Mittagsessens falschen. Dann weißt du sofort, was die von dir in Euro quasi haben wollen. Und dafür finde ich die App ganz klasse. Jetzt ist mir auch klar, in Europa gibt es nicht mehr so viele verschiedene Währungen. Aber wie gesagt, musst du ja nur in die Schweiz fahren. Du fährst nach Kroatien oder du fährst auch mal nach Großbritannien und zahlst mit Pfund. Und da ist so ein Umrechner immer recht, recht gut, finde ich. Gerade so für die ersten zwei, drei Tage finde ich, ist diese App wunderbar. Denn da geht es mir zumindest so, dass ich immer noch nicht so ein Gefühl habe. Ich kann es auch noch nicht so gut im Kopf rechnen. Ich muss da immer wieder überlegen, wie war jetzt der Umrechnungskurs etc. Aber wenn du das zwei, drei Tage immer mal benutzt und hernimmst, dann geht das irgendwie über und dann kannst du es danach auch wieder alleine. Und dafür finde ich die App einfach klasse. Eine App, die ich ja auch immer auf meinem Handy habe, das ist Peakweiser. Warum? Weil das einfach total schön ist, wenn du in den Bergen unterwegs bist und du da immer wieder neue Anhaltspunkte bekommst, wie die Berggipfel um dich herum heißen, wo du dich genau befindest. Da geht es sogar noch so in die Tiefe, dass du Wanderwege mit eingeben kannst usw. Also für bergaffine Leute ist die App wirklich fantastisch. Mir gefällt die wahnsinnig gut, zumal du auch im Nachhinein Bilder importieren kannst und dir bei diesen Bildern zum Beispiel die ganzen Panoramas ausgeben kannst und auch dort wieder sehen kannst, wie die einzelnen Gipfel heißen, wie hoch sie sind etc. Also wer bergbegeistert ist, für den ist Peakweiser bestimmt eine ganz, ganz tolle App. Eine weitere App, die ich gerne auf meinem Handy habe, wenn ich beim Camper unterwegs bin, aber auch darüber hinaus ist Starwalk 2. Warum geht es da? Das ist eine App, wo du einfach mal in den Himmel gucken kannst und mal schauen kannst, welche Sternenbilder sind um dich herum. Aber da geht es auch noch weiter. Da kannst du genau sehen, was erwartet dich zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit. Du siehst ganz genau, welche Sternenbilder werden heute an deinem Standort, wann aufgehen und wann wieder untergehen. Wann wirst du zum Beispiel Vollmond haben? Also lauter solche Sachen kannst du in dieser App sehen. Jetzt bin ich wirklich kein Astronom und kann mit den Sternen so nicht viel anfangen. Im Gegenteil, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Umso cooler ist diese App, gerade wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, da kann man einfach ein bisschen da flacken, kann nach oben schauen, kann sich das anschauen, kann ein bisschen darüber zählen, kann einfach ein bisschen was lernen. Die App finde ich wunderschön und wie weckt so eine kleine romantische Ader. Ja und wenn du aktiv sein möchtest, egal ob das jetzt Radtouren sind, Mountainbiketouren, ob das Wanderungen sind oder ob das vielleicht sogar Skitouren sind, ich habe immer Kommode mit auf dem Handy. Da gab es ja sogar schon mal ein eigenes Video dazu. Ich finde die App richtig, richtig klasse. Sie entwickelt sich auch ständig weiter. Da bekommst du Inspirationen, welche Wanderungen du vor Ort machen kannst. Du kannst dir diese Wanderungen abspeichern und kannst sie dann immer abrufen, wenn du sie brauchst. Das bedeutet, du kannst auch hervorragend vorbereiten für deine Reise. Und das ist wie gesagt eine App, die macht mir wahnsinnig viel Spaß und bringt mich auf wahnsinnig viele neue Ideen und helft mir auch dabei, die Gegend richtig cool zu erkunden, in der ich mich gerade befinde. Was ganz Neues, was ich für mich noch entdeckt habe, das ist Journeyblock. Was ist das? Das ist so eine Art Reisetagebuch, ein digitales Reisetagebuch. Ich fotografiere mittlerweile eigentlich fast nur noch mit meinem Handy. Und hier kann ich dann ganz einfach meine Reisen erstellen und kann diese Bilder hinzufügen. Ich kann Texte hinzufügen. Ich kann Temperaturen und Stimmung und so weiter. Kann ich alles zu dieser Reise hinzufügen. Ich sehe das Ganze dann immer auf der Landkarte. Da wird mir angezeigt, wo die einzelnen Stationen waren. Und es geht am Ende sogar so weit, dass ich daraus automatisiert Fotobücher drucken kann. Ich habe das Ganze zugegebenermaßen noch nicht gemacht, aber ich werde das auf alle Fälle ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wie da die Qualität ist, wie das auch vom Preis her ist. Wenn ihr da schon Erfahrungen habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Vom Grundsatz her finde ich die Art, wie man das alles macht, sehr, sehr einfach, weil normalerweise das Tagebuch schreiben ja immer echt ekelhaft und viel Arbeit und ich nehme es mir immer vor und mache es am Ende nicht. Und das ist so einfach und macht mir echt Spaß, wenn man sich da am Abend noch mal auch in einer größeren Runde mit der Family zusammensetzen würde. Ich bin ja jetzt eigentlich immer alleine unterwegs. Ist das überhaupt kein Thema, weil du sagst einfach, welche Bilder du dazu fügen möchtest, schreibst irgendwas, was du Cooles erlebt hast und das ist wirklich schnell erledigt und das ist auch noch mal ein schöner Rückblick auf den Tag und damit ist das Ding durch und du hast danach eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Du kannst das sogar mit Freunden teilen, das bedeutet auch anders als bei Instagram oder wie auch immer, kannst du diesen Reiseverlauf zum Beispiel deine Allerliebsten zur Verfügung stellen. Wenn die leider nicht mitkommen kann, dann sieht die immer, wo warst du gerade, was hast du erlebt oder du schickst es deinen Kindern oder deinen Eltern oder wie auch immer. Du musst das also nicht komplett öffentlich machen, sondern du kannst einzelne Leute zu deiner Reise einladen. Auch das finde ich ein Feature, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, das wird mich 2022 begleiten und dann schauen wir mal, welche Bücher und welche Erinnerungen da alle am Ende rausfallen und ob die dann auch wirklich cool werden. Wie gesagt, wenn ihr da schon Erfahrungen habt, sehr gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf. Jetzt kennt ihr sie also, meine Apps für 2022, die ich mit an Bord habe und jetzt bin ich natürlich mega gespannt, welche Apps habt ihr, die euch den Campingalltag so vereinfachen und schreibt auch gerne von Stellplatz und Campingplatz Apps, denn vielleicht gibt es ja da noch den einen oder anderen tollen Hinweis für mich, wenn ich mich dann im Frühjahr dran mache, das große Campingplatz oder Stellplatz App Spezial Video zu drehen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Insofern ab mit euch runter in die Kommentare und hackt in die Tasten, was ihr nur könnt. Ich freue mich da riesig drauf. Ihr findet all diese Apps mit den entsprechenden Verlinkungen auch definitiv auf meiner Webseite, auf dem Blog. Den verlinke ich euch natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Die einzelnen Apps hier unten in der Videobeschreibung, das wird wahrscheinlich so unübersichtlich. Ich probiere das mal aus, aber wie gesagt, wenn sie nicht hier unten in der Videobeschreibung stehen, dann findet ihr sie auf alle Fälle auf meiner Webseite. Und natürlich werde ich da auch noch andere Apps von euch mit aufnehmen. Wenn ihr mir da ein paar Inspirationen rüber schmeißt, freue ich mich drauf. Und an dieser Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, dann lasst super gerne ein Like da. Das ist für mich immer eine tolle Bestätigung, weiter solche Videos zu drehen. Und die gibt es natürlich jetzt auch. Es sind wieder ganz, ganz viele, ganz spannende Themen in Vorbereitung. Also auch da, wenn ihr es nicht verpassen wollt, ich habe es eingangs schon gesagt, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann werdet ihr sofort informiert, sobald es ein neues Video von Fan4Van gibt. Und jetzt wünsche ich euch, egal ob mit App und wenn ja mit welcher App, immer ganz, ganz tolle Touren. Kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video schon wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Gute. Der Markus. Ciao. Ciao.